Man ist halt viel in der Natur und eng verbunden und einfach wenn ich ein Biker bin, dann gibt es nur mich und mein Velo. Neben dem Radsport brauche ich noch gerne Joggen, Schwimmen, Skaten und auch eine grosse Leidenschaft ist Kochen. Man braucht sicher einen grossen Ehrgeiz und braucht auch immer Überwindung, um im Winter noch zu kalt zu gehen. Im ersten Jahr einen Junior-Weltmeistertitel zu holen ist sicher wunderschön und das werde ich nie vergessen. Langfristig möchte ich natürlich an der Weltcup teilnehmen und später mal an der Olympia. Die Domination für den Sporthilfenachwuchspreis bedeutet mir sehr viel. Es ist einfach schön, dass es Leute gibt, die den Sport oder die jungen Sportler unterstützen wollen und das finde ich einfach super. Ich möchte einfach mal einiges können, weil die. Ich weiß nicht, dass wir hier im Laden mehr am Schleuchern haben. Ich erfere mich wieder. Wirklich, wirklich, vielfach eine Verkaufmutter schließe, Wirklich, vielfach einiger Verkaufeln. Wirklich, vielfach einiger Verkaufeln. Wirklich, vielfach einiger Verkaufeln. Wirklich, vielfach einiger Verkaufeln und etwas über die Sachen. Untertitelung des ZDF, 2020